Guten Tag und Herzlich Willkommen hier zurück bei WFB und wir spielen eine Runde Snake of the Sawyer von Mineplex. Heute leider nur eine kurze Folge, weil sonst wird heute nichts kommen und deswegen ist das denke ich mal akzeptabel. Ich glaube ich muss irgendwas fressen um größer zu werden. Da muss man einfach nur laufen. Irgendwie lag das bei mir gerade ein bisschen oder kommt mir das nur so vor. Ist ja egal. Soll nur ganz kurze Folge sein, um euch heute noch ein Video bringen zu können. Und ja, ich hoffe es gefällt euch an sich. Trotzdem, ich weiß aber nicht warum es gerade so laggt. Ich weiß nicht ob das... Hm, komisch. Aber ich glaube das geht ja noch, klar. Auf jeden Fall wird eine kurze Folge eine Runde Snake, damit euch ein Video kommt. Und ähm... So, da geh ich hier lang. Ähm... Ja... Morgen kommt King Battle... Oh, da hab ich was gefressen. Ähm... Morgen kommt die letzte Vorbereitungsfolge von King Battle. Und dann geht es schon an sich los mit dem Kampf. Ähm... Den hab ich schon im Kasten, aber ich werd jetzt erstmal nichts verraten. Ähm... Ja... Genau. Ich werd dazu nichts sagen. Aber die Vorbereitungsfolge, die ich noch hab, ist auch nochmal ganz cool. So, ich hoffe ich hab den jetzt angekesselt. Ich hab gewonnen, geil. Ja, das war eigentlich eine ziemlich nice Runde und ich hoffe... Ja komm, eine Runde mach ich noch mit euch. Eine kann ich ja noch machen. Damit das Video in der Anhaltung doch zu kurz wird. Ähm... Ja... Ich hoffe es geht jetzt weiter. Äh... Was ist hier los? Hier ist für die komische Musik. Ja, da hab ich noch ein paar Games bekommen. Das freut mich. Und ich fliege. Ich muss mich nicht fliegen. Ich gucke mal, ob ich im Hintergrund irgendwas schließen kann. Was vielleicht... Nee, eigentlich nicht. Eigentlich müsste ich Gook's Internet haben. Ja... Keine Ahnung. Ich lass es einfach mal so, wie es grad ist. Und ähm... Ich hoffe... Es ist trotzdem annehmbar. Noch... Ja, es dauert jetzt bestimmt ziemlich lange. Ähm... Wir sehen uns einfach in der nächsten Runde wieder. Dann bis gleich. Jo, da bin ich wieder. Und wir spielen doch eine Runde Paintball. Weil bei Snake war keiner drin. Aber immerhin wird das Video so länger. Und ich hab nochmal zwei Spiele von Mineplex gesehen. Von dem Server. Aber ich hoffe, ich spiele jetzt hier gut. Guck mal, hier läuft es auch... Oha. Ähm... Hier läuft es auch ganz annehmbar. So, da versuche ich den mal zu treffen. So, dann habe ich den schon getötet. Dann mal gucken, wenn ich... Oha, das war nicht gut. Ähm... Ich hoffe, ich hab den anderen auch noch bekommen. So, äh... Eigentlich ist das ein ziemlich einfacher Modus, den man schnell durch hat. Und äh... Ja... Okay, irgendwie verstehe ich diesen... Ah, das ist nur eine Wasserbombe. Um was zu waschen vielleicht. Ähm... Oha. Ich war der letzte, der von uns gelebt hat. Egal, ich mache noch eine Runde. Ich glaube, das geht schnell. Und äh... Ich weiß, gewinne wieder, ja. Ja, du hast den Last Kill. GG. Gut gemacht, mein Junge. Und ja, zwei Kills hatte ich. Und eine Runde mache ich noch. Da können wir mal zusammen warten. Weil eigentlich ist, äh... Paintball ganz beliebt auf diesem Server. Und ja, und man sieht ja Feuerwehrakt super schön. Ich weiß, ich finde, es sollte weitergehen, weil es ist genug Leute eigentlich auf dem Server. Was gibt's denn hier schon? Rifle, Shotgun... 2000... Könnte ich eigentlich kaufen, ne? Oder Maschinengun. Ich weiß ja nicht, ne? Ich lass es mal so. Leider muss man auf Mainplace immer sehr, sehr, sehr lange warten. 50 Sekunden hier. Ich hab auch nicht... Tut mir leid, dass das Video vielleicht ein bisschen schlechter sind als anderes. Ich wollte eigentlich Bad Wars talken, aber das hätte die Zeit überspringt. Und, ähm... Ja, dann ist halt jetzt eine Runde Snake geworden und zwei Runden, ähm... Hier, Paintball. Ich hoffe, das ist trotzdem annehmbar. Es tut mir leid. Ich kann's oft genug sagen. Und mir tut auch leid, dass ich noch den Skin drin hab. Tut mir leid. So, es geht weiter. Dann versuchen wir mal, das Ding zu gewinnen. In der letzten Runde hatte ich eigentlich ziemlich gut getroffen und hab zwei Leute umgebracht. Aber gegen vier Leute hab ich dann auch keine Chance im angeschlagenen Zustand. Eigentlich kann man ja immer schießen. Vielleicht trifft man ja ein. Da kommt ein paar Wälle, auf die soll ich aufpassen. Kann man eigentlich die... Oh, das war knapp. Tod, ja, der ist tot. Ich geh mal hier rüber, weil ich hab den roten gesehen. Gut, dann gehen wir mal... Das ist grad ziemlich cool, was ich hier mache, weil wir greifen die Gegner von hinten an. So, dann ist der auch tot. Da hinten ist ein roter. So, dann ist der auch nur tot. Das sind die anderen, die noch übrig bleiben. Irgendwo muss noch ein roter sein. Da hinten ist der? Nein. Okay, dann haben wir das Spiel gewonnen. Danke, dass ihr zugeguckt habt. Übermorgen geht's mir ein bisschen... Geht's mir ein bisschen professioneller. Mit besserem Gameplay weiter. Und... Ciao! Bis zum nächsten Mal. Tschau! S